ja ja das tun wir gut willkommen mein name ist dann die röpe und ich begrüße euch zurück zuletzt bleibt hält auf syria ja wir befinden uns wieder direkt vor dem raum diesen magieriter was weiß ich so ich habe es noch geschafft eine lab zu bekommen und da bin war hier noch ein paar karakter auf sagt uns noch ein paar sachen ich meine du hast noch hier irgendwo oder auch nicht wenn die raus so nicht so blöd wäre dann würde ich mal raus oben aber wie gesagt ist blöd so sie konnte glaube ich ja sie konnte ihre erste kugel hier kompletteren so jetzt haben wir nein jetzt haben wir glaube ich ja die gesamte kugel an war jetzt mit ihrer aufgelevelt bin ich geil okay dann war dann mal noch tp gewinnt zornach neben den habe ich schon ja niemand habe ich nur kp geholt du kommst das hier ließ zurück erlangt der geist und hier sagt ach ich hätte alle machen egal so länger du kommst das hier immer noch nicht ach und das hier sagt sicher okay da kommen wir uns hier noch ein paar sachen an wo ist das ich noch bekommen zurück erlangt der geist genau und du bekommst noch sicher über abwehr und egal wo ist der shop hier ist der shop dann kaufen wir uns noch letzten beziehungsweise die letzte waffe für layer so dann tun wir noch das ganz kleine bisschen aufleveln was ich noch so viele das wusste ich nicht so 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 meine bischof mütze ein paar ausschauen können wir uns auch noch holen nicht gut also als 90 auf jeden fall das ist schon mal richtig nice da haben wir uns auch ein dach in asche da war schon besser so kommt schon wenn ich dann aber draußen können oder na ok kauf uns noch rüstungen die besten hoffentlich noch um banne verbunde okay ein illusions gewandt den kann er ausrüsten ein wegen so ausgerüstet perfekt und verdammt ein prinzess in dem band da bräuchte noch für die ist die so kleine prinzessin so und jawohl oder er und alles wunderbar klappt mit dem ausrüsten wenn man falsches ausgerüstet perfekt dann muss der speichern ich immer mit den ganzen sachen hier erscheinen strategie ich stelle erst mal hier alles ein und noch dann heile ich mich erst mal so ein bisschen hoch wir waren alle frischen kampf danke ich doch die super sachen monocle und so brauchen wir nicht geltskreis ach komm ich nicht so dann also nicht schon lange her dann war werkzeit vielleicht reingern irgendwie wenn das geht wenn ich so was habe wenn ich so was habe ich habe es nicht na gut oder ich werde wohl irgendwas haben hat die okay dann noch irgendwas hat angriffskraft und so gibt wahrscheinlich wahrscheinlich weil sie nicht da gehen wir das hier ein bisschen hoch boosten dann irgendwann wird hier aufs ort stehe ich nicht die dingens hier die nein mann setzt hier jetzt ganz sie ist immer dingen was also ja hier alle magischen dinge ja und das hier noch ja wenn man hat kann sie überhaupt nicht gewappnet ich speichere jetzt noch mal und sechs minuten wieder drin nichts passiert es ist wunderbar aber hoffentlich machen wir ihn jetzt platt und wenn nicht dann weil sie auch nicht wer danach kommt noch irgendetwas vergessen hat gericht auszurüsten der kampf hat noch nicht begonnen also gönnt mir das mal ich habe vergessen hat richtige gericht reinzusetzen hier extra geholt so jetzt und darüber springen war war kein war so jetzt machen wir dich platt damit es weiß in unseren neuen waffen rüstungen fähigkeiten stärken und was weiß ich was ja nichts ne gold magi ritter sollten heißt der ok das kann man bloß dass ich irgendwas von der klau entstellt mich ein dreck zack ey ich ziehe immer noch voll viel ab ja übrigens ich habe hier arzt fähigkeiten zwei ausgerüstet und ich kann zum beispiel schweibentanz so einsitzen da kann ich fliegen ja ich fliege guck mal nein ich war gar abfliegen die 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 vielleicht das nicht so gut hier zu zeigen mein gott vielleicht sollte ich mich äh mila mitnehmen weil sie folgt ja voll schnell naja ich möchte noch flink umrundung einsetzen das hat super geklappt das macht du den platz der schaffst du locker oder es wird explodiert an ihnen einfach von mir abgenommen nein das war nicht das was ich einsetzen muss wir spielen elven weil das ist irgendwie von elven so ich würde mal gerne irgendwie was so jetzt nein das werde immer sehen wie ich wieso kann ich nicht ich kann keine dinge einsetzen wieso konnte ich nicht jetzt nicht weitermachen ich wollte eigentlich hier so verbundene a sein denn jetzt hat die ganze zeit elven gekämpft oder was so kommen oh mein gott du sollst eigentlich erst ging es einsetzen wir finden okay das fällt mir nicht so wir setzen tränke des lebens ein wenig poli eigentlich ging es einsetzen könnten und wieder blieb jubi schneller sag würde ich mal diesmal kriege ich dich hoffe ich ich habe abgehört so komm her mann au 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 a pixar bisschen auf die Hanze einfach im liegen ich glaube die dieses gericht hat es gebracht irgendwie ich habe mich zwei heiler dabei und schau es trotzdem ich habe dich gleich genau gesagt jetzt bei den nächsten beiden jetzt wird es erst mal nervig dass man dirigen neuen landen ob die jetzt weniger aushalten ich habe nicht mehr so im kopf so ich brauche jetzt mal die abwehr und so man die dämonen feuste schon immer so rot hat nämlich mal irgendwie grüne farben oder so so ein bisschen sicher ich habe hier irgendwie alles fuck Boah, ich Idiot. Ich hab's voll vermuzzelt hier. Zack! Boah, wie die ihre Items jetzt hier verballern. Treff ich hier noch? Nee. Au! Alter! Tötet doch nicht den alten. Ey! Was ist das denn? Die war nicht so schwer beim ersten Mal, oder? Au! Ey, nicht auf dem Lies. Voll uncool. Äh, nein, ne? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen wollte. Das ist auch mehr. Der ignoriert ist vollkommen, dass ich ihn angreifen kann. Kann das sein. Bam! Bam! Shoot! Smash! Exa. Und Schwaldstrahl. So ist das doch, glaube ich, oder? Ich glaube, ich gehe doch eher auf den anderen los, wenn das so weitergeht. Da geht mir nämlich auf den Nerven. Ma! Hauen wir mal ein zweiter Heilerin. Hä? So, komm, wir ja. Das gibt's doch nicht. Warum kann ich... Warum habe ich jetzt auf einmal so Probleme mit den... Dingens hier? Weil der Angriff bringt's auch noch gegen die Viecher. Mann! Was krieg ich noch? Er läuft auf jeden Fall, glaube ich, knapper als Mann, dann. Wir sind nicht schon direkt im A. Ich hoffe, das passt auch alles in einem Part, aber... Wenn ich mit Rowan verbunden bin und dann den Ausweichschritt mache, dann müsste ich die Zeit anhalten, ne? Das ist doch da da passiert, oder? Äh... Verdammt! Warum bin ich so schnell mal betäubt? Boah, das gibt's doch nicht. Rowan. So. Wie wegfliegen wir den Angriff? Das ist so geil. Das war die größten Monstern, die sind doch nicht weg. Alter! Warum bin ich so... Alter! Ich bin zweimal... Auf einmal... Werterkant und Elixier eingesetzt. Was soll das? Äh... Au... Mach... Ich bin mit ihm mal verbunden, sehe ich gerade. Jetzt mal auf den Nerven, ne, hoff damit. Boah! Geh, komm, verdammt. Ey, wieso bin ich immer betäubt davon? So, komm her. Er hat's gebracht, glaub ich. Komm her. Oh, nein, nein. Boah, ich hasse diesen Angriff. Warum setzt du ein Elixier dafür ein? Warte doch mal. Boah, doch nicht bei Ahen. Dann setze ich lieber selber ein, bei dem ich es nicht verlasse. Hier geblieben. So, komm her. Warte, 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 warte. Ja, so komm, die könnt ihr einsetzen. Könnt ihr mal aufhören, so rumzurutschen? Das macht mich irgendwie nervös. Boah. Gut, alle geil. Oh mein Gott. Ey, dieser Angriff, ne? Knapp. Nein, ich bin schon wieder. Ey, ich krieg das nicht hin. Vor allem, ich muss... Ja, scheiß auf. Ich hab mal gleich. Wenn der einen sich nicht entschließt, dich zu eilen. Was richtig blöd wäre. So. Throne, äh... Gegen Elrin. Okay, wehe, du kannst ihn nicht wiederbeleben. Ernsthaft. Dachtest du, ne? Aber Denken hilft bei mir nicht. Ey. Und gleich das Ganze noch mal mit drei Leuten. Das wird so wunderbar. Weil wenn der eine wirklich so die ganze Zeit heilen kann, ne? So wie diese. Wird das wunderbar. Ich meine, aber der hatte weniger ARP als der Rest hier. Oh, Poffheimer. Kommt, weil ich krieg dich noch. Aber... Irgendwie schaue ich jetzt nicht da ausbrechen. Steh auf! Bleib liegen! So, komm her. So, gleich bist du tot. Ich hoffe, das ist dir klar. Wenn ich dich treffen würde, wäre noch besser. Und zack! Letzter Schlag. So, jetzt... Dreck gegen drei. Ja, da wird ein Spaß. Oh Gott. Das fängt schon gut an. Nein. Oh Gott, verdammt das Dreck. Zum Nudem habe ich immer noch ein Alles-Teil. Da zieht den Kampf zwar eine Länge, aber dann werde ich bestimmt nicht verrecken. Wow. Der einhält fast gar nichts aus. Aber geht weg. So. Pomila. Ich will einen Schaden. Output, sag ich mal. Au, ist gut. Man bleibt zu hier. Wow. Und zack. Das war geil grad. Bäums. Uuuuut. Tigerkling. Sigma. So. Nade bricht. Wow. Der eine ist schon zur Hälfte platt. er ist nicht von uns der zyklon alter hilfe danke dann kannst du mir so sanft mit dem schwert einen übergehauen hat auf fok nicht jetzt euer ernst war und schutz verwirrt schutz nicht aktiviert jetzt mir viel zu viel magie ich will einen kronen am leben haben danke er war gut aber nichts kann mich mal jemand wecken danke er war gut diese belieb mal okay ich mache schon selbst vorher auf auf zu zaubern jetzt mal auf den nerven ich weiß auch gar nicht anders anzugreifen das ist gut man hat welche die ganze zeit betäubt konnte ich nicht mit servo schlag schreiben klingen oder wie auch immer hat man es ist nämlich mal in ruhe alter lass mich in ruhe wo wieder einer mit dran so danke dass wir mal dazu kommen was zu machen ich komme gar nicht dazu was zu machen ich komme gar nicht dazu was zu machen was schon stein treffig oder auch nicht wir sind hallo ist doch nicht könnt ihr mal aufhören damit bin die ganze zeit hier am verrecken ich kann alles teil ein aber zieht den kampf so in die länge man lässt er mich mal in ruhe ich komme gar nicht dazu irgendwas zu machen gibt es doch nicht doch lass mich jetzt irgendwas was hast du gerade gemacht war nicht nur erst ich kann nichts machen ich bin die ganze zeit tot wenn das so weitergeht was ist das für ein angriff hat den release auch ich glaube wenn er weg ist dann wird das viel einfacher wenn ich nur diesen angriff spammen muss das gibt es doch einfach nicht wenn danach noch irgendwas kommt ne so danke bin ich froh wenn ich immer einen angriff irgendwie mache ist aber auch ein schlachtfeld so ich gerade geheilt ernsthaft so kommt her nein das gibt es einfach nicht mitten in meiner grenzüberschreitung getötet und du hast dich geheilt ernsthaft und um 900 immer griechen da 900 das ist viel viel zu viel und die gehen mir auch für nerven ich kann mich nicht um die kümmern hier um den hier da ich greife ihn an da kommt der andere direkt auf mich los der lässt mich nicht in ruhe so weißt du was Elvin versuch du das mal du hast mehr Damage output so das sieht schon mal cool aus gut gut so ich glaube du hältst auch mehr aus als Jude nix da nein was machst du da komm her ich folge dir hör auf damit wow was zum teufel oh geil Elisa hat nur mehr nix hier angesetzt gut so bevor wir alle frackt wären boah ich fühl mich in den letzten Bosskampf hier in dem finalen Kampf wieder hineinversetzt du hast gerade eine Menge geheilt bekommen hat hab ich gesehen meine Omega Elixiere ich kann nix machen hallo boah Hilfe kann ich aber mal wieder aufstehen danke ja und dann geben wir noch hier so ist klar ach jetzt hat er auch noch sein Omega Elixier angesetzt man ich bin immer noch betäubt hilf mir doch mal einer boah ey die ganze Zeit war ich betäubt jetzt bin ich tot ne boah leck mich doch an ich komm nicht mehr dazu was zu machen die meiste Zeit Aua ist doch mal gut boah ich hätte noch viel mehr ich hätte noch viel mehr trainieren müssen doch komm her komm her boah wieso ich dachte ich hab so ne Fähigkeit dass die Abwehr kaputt geht wenn ich mir einen geladenen Angriff angreife anscheinend nicht so komm her Höllenscheiter hoffen komm her cool den kann ich noch nicht ich hab ich gleich ja genau wie das Geister können wir ja auch mal einsetzen nicht Idiot aber den ersten haben wir gleich den ersten haben wir gleich oh Gott oh Gott ne das geh ich kein Risiko ein der heilt sich doch gleich ja du bist gleich weg ich hab dich gleich Omega Elixier for the win wie soll mich das nicht hallo hallo der heilt sich doch gleich wieder mach doch mal hin komm her so du bist weg dann waren es nur zwei so treffe ich euch beide mal ausnahmsweise ne ich dachte immer noch ein was soll denn der Dreck Boah 30 Minuten hallo ich hab heute fängt nicht an zu viel ernsthaft das wäre richtig wies komm schon oh mein Gott aah wer hat noch wenig hier aber es wird ein Spaß dieses Video zu rendern hallo Elvin was machst du da weckst du mal dich aus kann ich nicht aah nein ich auch Willis bist du eigentlich vollkommen irre im Kopf oh was wie wenig hast du denn gelehrter du boah du gehst du gehst mir so offen nerven genau du wenn danach noch irgendwas kommt wenn dir was kommt und alle wissen schon was kommt dann oh mein Gott schon wieder hab ich nicht irgendwie so was ausgerüstet womit ich keine Dinge bekomme keine Staatsschwächen mein Gott jetzt los gelehrter gegen lehrter professor doktor gegen gelehrter was ne du entschuldigung nix gegen dich ja kreist mich doch ein so wie wir machen ich halte es nie aus ok ron ron was seit wann kannst du ich kann mich nicht so teleportieren wenn ich das mache was auch immer das ist ha ja toll dich erreiche ich so nicht boah das lässt mich verarschen komm her ich kriege ich ha ist nicht gedacht ne er hat ja immer noch ich dachte er hat schon viel weniger ich hätte eigentlich viel mehr ledieren können hier aber egal ich kriege mal noch ah finde ich gut kann man sich denn mal in eine Ecke ne macht er nix mehr wirklich so super und zack verdammt kaputt jetzt bist du kaputt jawoll ah ha 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 oh god so jetzt bist nur noch du übrig und ich hoffe wirklich der Part ruckert nicht das ist gerade so ein abenteuerhafter Part ne so glaub bloß dass du jetzt noch blocken kannst dämonen chaos so jetzt haben wir dich jetzt bist du mit magie und sowas alles bombardiert jetzt hast du gar keine chance mehr und ich werde jetzt mal betäubt mh mh ma ich das ist doch das ist der angst ich weiß nicht wieso ich nicht mit dem die Mystic Art einsetz kann wenn ich zu jemand anderem wechsel als mit dem mit dem ich deaktiviert habe danach noch irgendwas kommt ne und und chaos und zack und oh mein gott weltbester krieger natürlich wann sonst aber was wir jetzt bekommen und überhaupt was jetzt überhaupt passiert das sehen wir erst im nächsten part vielen dank für's zuschauen und ich sag tschüss 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 Vielen Dank.